Guten Tag, vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema Psychose. Mein Name ist Bernhard Siegmund, ich bin Arzt in der LWL-Klinik in Lengerich und freue mich, vom Gesundheitsamt Kreis Steinfurt eingeladen worden zu sein, hier zu dem Thema zu Ihnen zu sprechen und im Anschluss an den Vortrag auch noch mal zur Verfügung zu stehen am Telefon. Da werde ich auch noch unterstützt von Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit dem Thema beruflich beschäftigen und es würde mich total freuen, wenn vielleicht wir dann auch im Anschluss an den Vortrag in ein Gespräch kommen am Telefon. Das Gesundheitsamt hat ja mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit bekommen, jetzt in der Covid-Krise auch ein Projekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen hier auf kommunaler, regionaler Ebene ins Leben zu rufen und da freue ich mich, mit dabei sein zu können, weil mein Arbeitgeber, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, eben auch in öffentlicher Trägerschaft sind. Das heißt, das Krankenhaus, an dem wir uns jetzt hier befinden, Standort in Lengerich, die LWL-Klinik, ist ja in öffentlicher Trägerschaft. Das heißt Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern im Nordrhein-Westfalen gehört dieses Krankenhaus und ja, das sind Arbeitsbedingungen, die ich für gut halte und ich hoffe, dass wir auch für Menschen eine gute stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung anbieten können, auch für Menschen mit Psychose. Das soll heute das Thema sein. Wir befinden uns hier in meinem Büro auf der Station 16.1 in Lengerich, also der Akutbereich, wo eben im Jahr auch viele Menschen mit Psychose in Behandlung sind. Wir haben Stationen, die dann offen geführt sind und wo Menschen manchmal auch mit der Erkrankung wenige Wochen in Behandlung sind und wir bieten aber auch eine ambulante und teilstationäre Behandlung an. Teilstationär wird ja im Kreis Steinfurt durch den LWL behandelt in der Tagesklinik Steinfurt-Borkhorst, aber auch in der Tagesklinik in Ebenbüren und hier in Lengerich. Zusätzlich gibt es ja aber auch Tageskliniken in Emstetten und in Rheine. Zu dem Thema Psychose. Für mich ist das relativ schwierig, weil ich sie nicht sehen kann und ich nicht genau weiß, wer mir zuschaut. Deshalb möchte ich am Anfang einen allgemeinen Überblick geben, was ist eigentlich eine Psychose und welches Modell der Erkrankung wird eigentlich heutzutage so vermittelt in der Psycho-Edukation, wenn man Menschen etwas über ihre Erkrankung beibringt. Ein zweites Thema wird sein, wie kann man das eigentlich erkennen, wenn Menschen vielleicht gerade dabei sind, eine Psychose zu entwickeln. Welche Möglichkeiten der Frühinterventionen gibt es. Und dann möchte ich Sie noch in aller Kürze einmal einen Einblick nehmen lassen in eine störungsspezifische Behandlung bei Psychose, in das metakognitive Training für Menschen mit Psychose. Und da gibt es dann so ein paar Beispiele, wie wir psychotherapeutisch auch Menschen unterstützen wollen mit der Erkrankung. Ja, ganz am Anfang eine Folie, wo schon ganz, ganz viele Informationen drauf sind. Was ist das Besondere eigentlich an einer Psychose? Eine Psychose ist eine Störung der Wahrnehmung, also eine Erkrankung, wo die Wahrnehmung eines Menschen mit all seinen Sinnen betroffen ist. Und zusätzlich ist es so, dass auch das Denken betroffen ist oder das, was gedacht wird. Menschen mit Psychose können also Wahngedanken entwickeln oder sich etwas im Kopf vorstellen, was so gar nicht ist. Beispielsweise könnte ein Mensch die Wahnvorstellung haben, selbst der Kaiser von Deutschland zu sein oder von der Bundesrepublik. Das, was es ja für die allermeisten Menschen so nicht gibt im Moment. Und das heißt, das ganze Umfeld hat eine andere Realität als der Mensch, der in seinem Kopf diese wahnhafte Vorstellung hat. In dem Fall Kaiser von der BRD, das ist ein relativ großer Gedanke, wäre das ein Größenwahn, also eine große wahnhafte Vorstellung, die sich nicht mit der Einschätzung des sozialen Umfeldes oder des Umfeldes dieser Person deckt. Zusätzlich sind typisch Halluzinationen, also da ist die Wahrnehmung der Körpersinnesorgane oder der Reizweiterleitung zum Gehirn gestört. Das heißt, Menschen können Halluzinationen entwickeln, sie nehmen etwas wahr, was so gar nicht wahrnehmbar ist für das Umfeld. Man kann also etwas sehen, was andere Menschen nicht sehen oder man hört etwas, was für andere Menschen nicht hörbar ist. Oder man fühlt etwas unter der Haut, also man hat das Gefühl, Mensch, da ist doch irgendetwas Hartes wie ein Mikrochip. Und man fühlt also etwas, da ist das Fühlen betroffen. Oder man riecht etwas, dass man sagt, es riecht hier nach Gas und verknüpft das dann mit der wahnhaften Vorstellung, jemand leitet Gas in mein Büro ein oder in die Wohnung. Oder es gibt auch die Vorstellung, dass man etwas schmeckt, dass man sagt, auf einmal schmeckt alles metallisch, vielleicht hat mir jemand etwas ins Essen gegeben. Zusätzlich als Krankheitszeichen gibt es bei der Psychose aber auch das gestörte Ich-Erleben, also dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass das, was man macht und denkt, von einem selber kommt. Manchmal hat man das Gefühl, dass es von außen gesteuert oder eingegeben ist. Oder man bemerkt, dass man sich selber verändert und anders reagiert, als man das von sich selber kennt. Dann gibt es aber auch Katatonesymptome bei der Psychose, wo Menschen auf einmal ganz starr und steif werden und im schlimmsten Fall also oft über Stunden dann sogar in einer Körperstellung verharren können. Das ist ein sehr seltenes Krankheitszeichen einer Psychose, einer speziellen Unterform der Psychose, nämlich der Katatonen-Psychose. Heutzutage durch die Behandlung mit Medikamenten seit vielen Jahren zum Glück gar nicht mehr so häufig, wie das vielleicht noch vor 60 oder 100 Jahren waren. Ganz am Anfang möchte ich noch einmal kurz auch hinweisen, was die Ursachen sein können. Wir reden später viel über die nicht-organischen Psychosen, also vor allem über die Schizophrenie, aber durchaus häufig sind auch organische Psychosen, also Menschen, die eine Psychose entwickeln nach einer Hirnerkrankung. Das heißt, es kann eine degenerative Hirnerkrankung sein, wie zum Beispiel eine Alterserkrankung, die Demenz oder Menschen, die durch eine Hirnverletzung einen organischen Schaden im Gehirn haben und dann eine Psychose entwickeln. Es gibt maligne Neubildungen, also sprich Tumoren oder Hirntumoren in dem Fall, die zu einer Psychose führen können, zu einer organischen Psychose. Das macht es für uns in der Psychiatrie auch wichtig, dass wenn jemand erst erkrankt, dass wir unbedingt auch gucken, gibt es mögliche organische Ursachen für die Psychose, weil diese organischen Erkrankungen dann natürlich nochmal sehr speziell behandelt werden müssen. Also im Falle eines Hirntumors würde ein Arzt beispielsweise dann nach einer ausreichenden Untersuchung vielleicht eine eine Operation empfehlen oder wenn jemand eine andere Erkrankung hat, wie eine Autoimmunerkrankung des Gehirns, wie zum Beispiel die Multiple Sklerose, dann würde man beispielsweise eine Autoimmuntherapie empfehlen, zum Beispiel Interferon oder viele noch viel modernere Medikamente, die es ja heute bei der MS, bei der Multiple Sklerose gibt. Es gibt endokrine Erkrankungen, wo also Menschen beispielsweise durch eine veränderte Hormonlage, zum Beispiel, wir sind hier Schilddrüsenhormone genannt, auf einmal eine Psychose entwickeln. Das kann zu viel oder zu wenig sein. Genau das Gleiche gibt es bei metabolischen Erkrankungen, also zum Beispiel bei Menschen, die einen Diabetes entwickeln. Auch da kann es durch Über- oder Unterzuckerung zu psychotischen Zuständen kommen. Das, was vielleicht an den organischen Ursachen in der aktuellen Zeit doch am häufigsten sind, das sind die drogeninduzierten organischen Psychosen, also durch die durch den Konsum von Cannabis oder in der letzten Zeit auch erstaunlich viel wieder zum Beispiel von LSD, dass Menschen in psychotische Zustände geraten, die dann drogeninduziert sind. Aber es gibt auch junge Mütter, die nach der Geburt ein gewisses Risiko haben, postpartal nach der Geburt eine Psychose zu entwickeln und in seltensten Fällen in Deutschland gibt es auch Psychosen durch Parasiten, also die in Deutschland aber extrem selten sind. Da sind sicherlich andere Schwellenländer viel stärker betroffen als jetzt gerade unser Land oder unser Landkreis. Die nichtorganischen Psychosen haben in der Regel eben nicht so eine äußere erkennbare Ursache und werden zum Teil auch mitvererbt. Das heißt, es gibt auch bei den Psychosen sowie bei fast allen anderen Erkrankungen auch eine gewisse genetische Mitveranlagerung dafür. Es gibt Familien, da sind Menschen überdurchschnittlich viel übergewichtig oder es gibt Menschen, es gibt Familien, da haben Menschen überdurchschnittlich viele vielleicht Tumoren und es gibt Familien, da kann es eine Häufung an Psychosen geben. Also wenn beispielsweise ein Onkel oder eine Tante oder ein Elternteil eine Psychose entwickelt hat, dann steigt das Risiko selbst eine Psychose zu haben leicht an. Grundsätzlich ist das Risiko, lebenslang an einer Psychose zu erkranken, liegt in Deutschland, aber auch weltweit bei ein Prozent, also grob geschätzt. Das Interessante an der Psychose ist, anders als bei anderen Erkrankungen, ist das weltweit wirklich das gleiche Risiko. Das gibt es eigentlich sonst bei Krankheiten selten. Also eine Depression ist beispielsweise in den nördlichen Ländern viel häufiger als am Äquator und es gibt andere Erkrankungen, die sind wieder anders verteilt. Es gibt Erkrankungen, da sind Männer mehr betroffen als Frauen oder andersrum. Bei der Psychose ist es so, dass eigentlich die Verteilung zwischen Mann und Frau und divers gleich ist, aber dass beispielsweise in Japan, in Deutschland und in Kenia es immer bei dieser ungefähren Prognose ist, dass ein Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens an einer Psychose erkranken. Schizophrenie ist ein Begriff, die paranoide Schizophrenie ist eigentlich die häufigste Psychose und das ist ein Begriff, der manchmal zu ein bisschen Verwirrung führt. Man denkt Schizophrenie ist jemand, der in sich gespalten ist oder der vielleicht verschiedene Persönlichkeiten hat. Eigentlich ist das aber nicht so ganz richtig und damit auch nicht gemeint. Der Spalt zwischen einem Menschen mit Psychose oder mit einer paranoiden Schizophrenie, der ist nicht in sich, sondern der ist zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung des Umfeldes. Also jemand, der eine paranoide Schizophrenie hat, nimmt etwas wahr, was sein Umfeld ganz anders wahrnimmt. Und bei der Diagnose ist es deshalb auch wichtig noch mal zu gucken, was ist eigentlich beispielsweise auch kulturell normal für den Menschen. Es mag Sachen geben, die uns im Kreis Steinfurt befremdlich oder komisch vorkommen und die in einem anderen Land, in einer anderen Kultur als völlig normal gelten. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, es mag eine Kultur geben, wo vielleicht auch ein religiöser Zugang an Schamanismus oder an Hexen normal ist, dann ist es so, dass Menschen aus diesen Kulturbereichen eben auch, wenn sie an Hexen oder an Schamanen glauben, dass das nichts Unnatürliches ist. Wenn man das jetzt im Kreis Steinfurt sozialisiert so mitteilt, also man glaubt an Hexen und dass man verhext ist, dann wird man also auf viele Menschen treffen, die einen also mit großen Augen fragend angucken. Es ist also bei der Psychose auch immer wichtig, so ein bisschen den kulturellen Kontext mit zu berücksichtigen. Und ich hatte gerade gesagt, Männer und Frauen sind gleich betroffen. Das, was ein bisschen unterschiedlich ist, ist das Ersterkrankungsalter. Psychosen entwickeln sich bei den allermeisten Menschen, die eine Psychose entwickeln, bei Männern zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr und bei Frauen dann etwas später. Nämlich Frauen bekommen die Ersterkrankung dann in der Regel erst so zwischen dem 23. und 28. Lebensjahr. Interessanterweise gibt es bei Frauen auch nochmal eine Ersterkrankungshäufung zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Das mag vielleicht auch mit der hormonellen Umstellung, mit der Menopause zusammenhängen. Ganz geklärt ist das aber nicht. Um Ihnen das nochmal bildlich zu zeigen, was ist eigentlich eine Psychose oder was gibt es da für ein Modell, habe ich Ihnen hier mal folgende Folien mitgebracht, die, wenn man die schnell hintereinander schaltet, fast ein bisschen wie so ein Daumenkino sein sollen. Sie sehen also hier eine normale Reizweiterleitung von zum Beispiel einem mechanischen Rezeptor in der Haut, der für Druck zuständig ist und erkennt, dass man auf der Hand berührt oder gedrückt wird. Dieses Signal wird ja jetzt von der Hand über meine Nerven im Arm bis in das Rückenmark geschaltet und von dort hoch in das Gehirn. Und das ist ein bisschen so wie eine Telefonleitung, die nicht über ein Draht geht, sondern die immer wieder verschaltet wird. Also auch beim Telefon ist es so, wenn Sie in München anrufen, dann haben Sie nicht ein Draht, der von Ihrem Telefon bis nach München geht, sondern Sie haben Drähte, die zwischenzeitlich immer verschaltet werden. Also von meinem Telefon geht das zu einem Telefonsystem hier in der Klinik an der Pforte, von dort wird es verschaltet zu einem Kasten unten am Osterkampskamp, dann geht das zur Post, dann geht das wahrscheinlich über Glasfaser nach Münster, von dort nach München und wird dort weiter verschaltet. Also es gibt viele verschiedene Verschaltungen auf dem Weg der Signalübertragung. Im Körper ist das genauso. Zwischen den Nervenzellen wird dieses Signal chemisch weitergegeben, aber in der Nervenzelle und an diesem langen Auszug der Nervenzelle wird es immer elektrisch weitergegeben. Und wenn man jetzt beispielsweise einen mechanischen Reiz setzt, dann ist das so, dass dieses Signal an der Nervenzelle elektrisch weitergegeben wird, bis die Nervenzelle endet. Und dann folgt eine weitere Nervenzelle, die dieses Signal, da hatte ich jemand berührt, in ein chemisches Signal überträgt und so über einen kleinen Spalt weitergibt. Die folgende Nervenzelle erkennt dieses chemische Signal und leitet jetzt wieder elektrisch weiter, bis die Nervenzelle endet und das Signal aus dem Elektrischen wieder in ein chemisches umwandelt und so weitergeht. Bevor ich sie langweile, schalte ich die Folien mal durch. Dieses Signal landet irgendwann chemisch und elektrisch dann im Gehirn. Und das Gehirn kann erkennen, oh, da war ein Signal von der linken Hand, da hatte ich jemand berührt oder gestochen oder gekniffen. Ja, und letztendlich kann man dann auch reagieren. Also wenn man jetzt gestochen wird beispielsweise von einer Mücke und das Gehirn das erkennt, das ist ein Schmerzreiz und dann schaut man auf die Hand und sieht, da ist eine Mücke, dann ist das Gehirn auch in der Lage darauf zu reagieren und beispielsweise die Mücke zu verscheuchen. So ist es bei uns Menschen, so stellen wir uns das vor und so ist das ja auch sinnvoll. Es ist aber denkbar, dass beispielsweise auf dem Weg zum Gehirn oder im Rückmark oder im Gehirn auf einmal zu viel Überträgerstoff frei wird. Das ist auf dieser Folie dargestellt. Das ist ein normales Signal. Es wird weitergeleitet und irgendwo auf dem Weg zum Gehirn oder im Gehirn wird auf einmal zu viel von diesem Überträgerstoff frei, zum Beispiel von dem Dopamin. Dann ist das so, dass das Signal bei allen folgenden Nervenzellen sehr viel stärker weitergegeben wird. So, als wäre da nicht ein kleines Signal, ein richtig großes Signal, so als würde einem vielleicht jemand ein Messer in die Hand stechen. Und es kommt ein Riesensignal im Kopf an und das Gehirn hat eigentlich keine Chance zu erkennen, dass das Signal fälschlicherweise völlig verstärkt weitergegeben wurde. Für das Gehirn, was erstmal nur diesen Sinnesreiz wahrnimmt, das Gehirn hat keine Chance mehr zu erkennen, war das jetzt wirklich an der Stelle schon so ein großes Signal oder hat sich das auf dem Weg zu mir so verstärkt. Das Gehirn hat zwar die Möglichkeit, zum Beispiel dann mit einem anderen Sinnesorgan, mit den Augen da jetzt hinzugucken, was ist da eigentlich los? Sitzt da eine Mücke oder ist da ein Messer in der Hand? Und dann zu reagieren. Aber bei Psychosen ist es halt so, es kommt manchmal dazu, dass Sinnesreize wahrgenommen werden, verstärkt wahrgenommen werden und dann das Gehirn eben auch sehr verstärkt darauf reagiert oder das Gefühl hat, da ist gerade eine Katastrophe entstanden. Es ist sogar auch denkbar, dass überhaupt kein Signal an der Hand ist, dass da überhaupt nichts ist, das ist einfach nur Luft, ganz normal, im Alltag würde man nichts spüren und trotzdem wird auf dem Weg zum Gehirn dieser Überträgerstoff frei oder im Gehirn und das Gehirn glaubt, da ist etwas. Und das führt dann dazu, dass das Gehirn wieder inadäquat reagiert auf diese Körperhalluzination. In dem Fall ja eine sensitive Halluzination, also das Missempfinden, dass hier an der linken Hand etwas nicht in Ordnung ist. Und so stellen wir uns das vor, dass zum Beispiel Menschen, die das Gefühl haben, hier ist etwas unter der Haut oder da schmerzt mich etwas oder da bestrahlt mich jemand oder da liegt ein, da ist etwas unter die Haut implantiert worden. Und Menschen fühlen dann auch tatsächlich etwas an der Stelle, was man von außen irgendwie nicht wahrnehmen kann. Oft führt das dann dazu, dass wenn Menschen etwas wahrnehmen, etwas fühlen oder etwas hören, was andere Menschen nicht wahrnehmen, das führt dann wieder zu Unverständnis und das Umfeld versteht es nicht und reagiert vielleicht auch mit Fragen oder vielleicht auch aggressiv oder sagt, Mensch, da ist doch nichts, hör doch auf. Was wiederum dazu führt, dass der Mensch, der betroffen ist, auch wieder heftiger reagiert, weil er sich nicht gesehen fühlt oder noch misstrauischer wird. Also wenn jemand glaubt, man hätte ihm nachts etwas unter die Haut implantiert und alle sagen, das ist Quatsch, du spinnst. Ja, wenn man es so mal so salopp sagt, dann kann das sein, dass der Betroffene, der dieses Gefühl hat, richtig unter Druck gerät, weil er ja auch merkt, wie das Umfeld auf ihn und auf seine Körperwahrnehmung, die für ihn die Realität ist, reagiert. Und das kann so ein Kreislauf werden, der für beide Seiten richtig anstrengend wird. Ja, das einfach mal so als ganz, ganz einfaches Modell, wie wir uns heutzutage eine Psychose auf chemischer Ebene vorstellen. Also letztendlich ist das eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn. Und wenn das eine nichtorganische Psychose ist, die zum Beispiel jetzt nicht durch Drogenkonsum ausgelöst wird, dann wäre die medizinische Empfehlung, das medikamentös zu behandeln, also Arzneimittel zu geben, die das zu viel an Überträgerstoffen wieder in einen normalen Bereich runter regulieren, nämlich indem sie Rezeptoren für diese Überträgerstoffe blockieren. Das Thema medikamentöse Behandlung ist ein echt wichtiges Thema. Mir ist es aber nicht möglich, für Sie als Interessierte oder Betroffene das so umfänglich darzustellen, dass ich dem Thema gerecht werden kann. Ich weiß, dass es natürlich Medikamente, die wir in der Psychiatrie einsetzen, auch Nebenwirkungen haben, aus Berichten von vielen, vielen Menschen und weiß, dass es auch bis heute kein Medikament gibt, das man jetzt einfach nebenwirkungsfrei empfehlen kann. Nein, Medikamente, die gegen Psychose wirksam sind und das bewiesen haben, machen Nebenwirkungen, machen unterschiedliche Nebenwirkungen. Und es ist unbedingt erforderlich, dass wenn man eine Psychose hat oder unzufrieden ist mit seinem Medikament, dass man einen ärztlichen Kollegen oder eine ärztliche Kollegin findet, mit dem man das dann besprechen kann und wo man sich auch gut beraten fühlt. Ich selber habe da großes Verständnis für, wenn man also ein Medikament nimmt und merkt, dass man immer weiter zunimmt, dass man Schwierigkeiten hat, das Medikament dauerhaft einzunehmen. Es gibt aber auch andere Nebenwirkungen, die auf Dauer vielleicht auch nicht so akzeptabel sind. Ich würde immer dafür werben, das offen anzusprechen. Ich würde immer dafür werben, bevor man das einfach, ohne es dem Arzt zu sagen, abzusetzen, dass man es einfach offen thematisiert. Leider bleibt es dann oft eine Abwägung, dass man sagt, okay, den Vorteil, den ich durch ein antipsychotisches Medikament habe, der ist so groß, dass ich mit leichten Nebenwirkungen schon auch ganz gut leben kann. Das wäre meine Hoffnung, dass man für Menschen, die betroffen sind, eben so ein Medikament findet. Und das ist aber von außen betrachtet erstmal nicht so einfach, dass man sagt, ein guter Arzt weiß sofort, welches Medikament für welchen Patienten zuständig ist. Leider ist das heutzutage so noch nicht möglich. Und ich vergleiche das auch gerne nochmal mit anderen Medikamenten, zum Beispiel mit Kopfschmerztabletten, wenn jemand mal Kopfschmerzen hatte. Es gibt Menschen, die finden Aspirin besser oder andere Ibuprofen oder wieder andere Paracetamol. Es gibt für alle drei Medikamente Vor- und Nachteile. Und jeder, der sich entscheidet, eine Kopfschmerztablette zu nehmen, der muss wissen, dass das natürlich auch Nebenwirkungen macht, weil es über die Leber abgebaut wird oder weil es die Blutverdünnung beeinflusst oder was auch immer. So ist es bei Medikamenten, die gegen Psychose eingesetzt werden, eben auch. Medikamente, die gegen Psychose eingesetzt werden, nennt man Antipsychotika. Früher hat man sie Neuroleptika genannt. Das ist ein Begriff, den man heute versucht zu vermeiden. Es gibt Antipsychotika der ersten Generationen, die typische Nebenwirkungen machen, wie eine gewisse Muskelsteifigkeit oder wie ein Maskengesicht, dass man im Prinzip auch steif wird in der mimischen Muskulatur, wenn man das über viele Jahre in hoher Dosis einnimmt. Das kann dann auch stigmatisierend sein. Vielleicht kennen Sie Menschen, die früher über Jahre mit dieser ersten Generation von Medikamenten behandelt wurden und vielleicht kennen Sie auch ja diese typische starre Gesichtsausdruck, der letztendlich dann auch als Nebenwirkung, als Langzeitnebenwirkung dieser Medikamente möglich ist. Das sind die typischen Nebenwirkungen. Deshalb heißen die Antipsychotika der ersten Generation auch Typika. Und es gab dann als Weiterentwicklung weitere Medikamente, wie beispielsweise das Liponex-Clozapin, aber auch Olanzapin, das Quetiapin und andere Ziprazidon und weitere Medikamente, die sozusagen zur zweiten Generation der Antipsychotika gezählt werden. Oder zu den Medikamenten, die nicht die typischen Nebenwirkungen machen, die man deshalb als Atypiker bezeichnet. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also wenn Sie jemanden fragen und gut beraten wollen und sagen, ja, wollen Sie ein typisches oder ein atypisches Medikament? Die meisten sagen, ja, ich möchte ein typisches. Das ist in dem Fall der Antipsychotika aber gerade das etwas ältere Medikament, was eben diese doch etwas stärkeren motorischen Nebenwirkungen machen kann. Gleichzeitig heißt es nicht nur, weil ein Medikament modern und neu ist, dass es besser ist. Manche modernen Medikamente machen viel mehr Gewichtszunahme als die alten. Und beispielsweise, wenn eine Frau schwanger ist und eine Psychose hat, dann würde man empfehlen, ein Medikament aus der ersten Generation zu nehmen, weil man da weiß, dass es keine negativen Auswirkungen auf das ungeborene Kind hat. Wenn man beispielsweise Haloperidol einsetzt, bei den ganzen modernen Medikamenten weiß man das nicht, weil das natürlich keine Studien gibt jetzt mit schwangeren Menschen, sondern es gibt dann nur Auswertungen, dass wenn ein Mensch ein modernes Medikament eingesetzt hatte und dann schwanger wurde, ohne es zu wissen, was das eventuell für Folgen für das Kind hat. Da gibt es eine tolle Internetseite www.embryotox.de. Da kann man sich also als werdende Mutter oder auch als stillende Mutter ganz gut informieren, welche Auswirkungen Medikamente nicht nur auf Psychopharmaka auf das ungeborene Kind oder auf den Säugling haben können. www.embryotox.de. Tolle Internetseite, da kann jeder frei darauf zugreifen und auch Medikamente einfach mal überprüfen, wie da die Risikoeinschätzung ist. Ich bin jetzt doch ein bisschen mehr zu dem Thema Medikamente gekommen, was eigentlich gar nicht so mein Anlass war, weil ich glaube, für diesen allgemeinen Vortrag eignet sich das nicht. Also medikamentöse Beratung ist eine Einzelfallberatung und da sollten Sie einen Arzt oder eine Ärztin finden, in dem Sie vertrauen und mit dem Sie dieses Thema dann besprechen. Vielleicht sind Sie aber auch Angehöriger oder in Sorge um einen Menschen, vielleicht um einen Sohn oder eine Tochter und Sie fragen sich, Mensch, was ist mit ihm los? Und vielleicht hilft Ihnen deshalb jetzt so ein bisschen das zweite Thema meines Vortrages, die Frühintervention, die Früherkennung von Psychosen. Und vielleicht kommen Sie da etwas weiter, mal so zu erkennen, wie könnte sich so eine Psychose eigentlich entwickeln. Ja und dieses, ja so ein bisschen zweite Thema, das würde ich jetzt gerne mit Ihnen besprechen. Da geht es also darum zu erkennen, wenn eine Psychose noch nicht ausgebrochen ist, weil das erhebliche Auswirkungen haben kann auf den Menschen und sein Umfeld und man heutzutage nach Untersuchungen auch fast schon die Empfehlung aussprechen möchte, auch in so einer frühen Phase auch schon medizinischen Rat in Anspruch zu nehmen und vielleicht sogar auch schon mit einer niedrig dosierten Medikation zu beginnen. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man Menschen identifizieren kann, die ein höheres Risiko haben, eine Psychose zu bekommen. Grundsätzlich hatte ich ja gesagt, Psychosen können auch vererbt werden. Das heißt nicht, dass jedes Kind von einem Menschen mit Psychose auch eine Psychose bekommt. Allerdings heißt das, dass wenn ein Elternteil betroffen ist, dass sich das Risiko erhöht. Es verdoppelt sich. Das hört sich dramatisch an. Aber auf der anderen Seite, wenn wir wissen, dass nur ein Prozent der Menschen im Lauf ihres Lebens eine Psychose entwickeln, dann würde das bedeuten, dass zwei Prozent der Menschen, wo ein Elternteil eine Psychose hat, im Lauf ihres Lebens an einer Psychose erkranken. Das hört sich dann nicht mehr so dramatisch an. Oder anders gesagt, ein Mensch müsste 100 Kinder haben und dafür wären dann zwei, hätten ebenfalls eine Psychose. Ganz anders ist das, wenn beide Eltern eine Psychose hatten, dann steigt das Risiko tatsächlich auf 40 Prozent im Laufe des eigenen Lebens an einer Psychose zu erkranken. Und ganz unwahrscheinlich ist das manchmal auch nicht, weil Menschen mit ähnlichen Erkrankungen vielleicht auch zueinander finden. Vielleicht während einer stationären Behandlung sich kennenlernen oder eben auch ein gemeinsames Thema haben. Und auch das gibt es natürlich und auch das darf es ja geben, dass Menschen mit Psychose eben gemeinsam eine Partnerschaft haben und Eltern werden. Dann muss man nur sagen, also für Kinder, wo beide Eltern betroffen sind, da sollte man wirklich früh und genau gucken, dass man die Kinder eben auch gut durch die Adoleszenz, durch die Jugend, durch das junge Erwachsenenleben begleitet und auch gut hinguckt, ob eventuell frühe Symptome dieser Erkrankung erkennbar sind. Es gibt aber auch klinische Ansätze, wo man jetzt gar nicht so auf die Familiensituationen guckt, sondern den Menschen unabhängig von seiner Familie einfach nochmal versucht, als Risiko zu erkennen, um eine konkrete Empfehlung auszusprechen. Und das möchte ich mit Ihnen besprechen. Zuvor möchte ich allerdings nochmal sagen, was ist eigentlich so ein typischer Verlauf einer Psychose. Es gibt nämlich bei der Psychose zwei Zeiten, also die Dauer einer unbehandelten Erkrankung und einer Dauer der unbehandelten Psychose. Das heißt, die Erkrankung entwickelt sich oft weit, bevor die eigentliche Psychose mit den typischen Krankheitszeichen ausbricht. Hier in der Grafik ist das so dargestellt. Das können bis zu fünf Jahre sein, dass ein Mensch schon leichte Frühsymptome einer Erkrankung entwickelt, ohne dass die so ausgeprägt sind, dass man die Diagnose stellen kann. Es kann sein, dass man auf einmal einen Interessensverlust hat, dass man auf einmal sich nicht mehr so konzentrieren kann, dass man auf einmal manche Wahrnehmung sich verändert. Aber das ist auf einem so geringen Maß verändert, dass man selber oder das Umfeld das kaum erkennen kann. Erst in der Rückschau, wenn man eine Psychose entwickelt hat und die Diagnose steht und man dann zurückguckt, dann gibt es manchmal so Hinweise, dass jemand sagt, Mensch stimmt. Also seit zwei Jahren hatte sich der Mensch doch schon zurückgezogen. Und wahrscheinlich waren das eben diese Prodromal-Phase, sagt man. Diese Phase, wo die Erkrankung schon begonnen hat, sich zu entwickeln, ohne dass die Kriterien für die Psychose-Medizin schon erfüllt waren. Interessanterweise auch in der Bundesrepublik gibt es dann aber immer noch auch eine viel zu lange Zeit, wo Menschen die Erkrankung dann schon haben, wo die Erkrankung ausbricht, bis sie erkannt wird, können aber auch manchmal ein, anderthalb Jahre Zeit vergehen, bis letztendlich dann die Erkrankung so erkannt wird, dass man sie auch behandelt oder eine Behandlung möglich ist oder empfohlen wird. Die Phasen sind hier so ein bisschen nochmal dargestellt. Es gibt also eine prämorbide Phase, wo man einfach nochmal sagt, es gibt ein gewisses Risiko, vielleicht familiär. Dann gibt es diese Phase, wo leichte Frühsymptome möglich sind. Dann gibt es die Phase, wo die Psychose ausbricht, aber noch nicht behandelt wird. Dann gibt es die Phase, wo die Psychose behandelt wird und sich im besten Fall zügig zurückbildet. Im Anschluss eine Residualphase, also wo man in der Regel voll remittiert, also auf das ursprüngliche Leistungsniveau zurückkommt. Aber bei der Psychose kann das sein, dass man eben auch mehrfach erkrankt im Laufe des Lebens und dann kann es sein, dass dann wieder eine Residivprodomalphase beginnt oder eben auch eine Residivphase. Wichtig ist, dass Menschen eine Psychose entwickeln, möglichst früh zu erkennen, weil je früher man das erkennt, desto besser kann man es behandeln. Oder anders gesagt, je später das behandelt wird, desto schlechter kann sich auch die Lebensqualität für den Betroffenen entwickeln. Außerdem ist es halt so, dass auch das Umfeld weniger belastet ist, wenn man es früh erkennt. Wenn man sich vorstellt, dass durch psychotische Fehlwahrnehmungen in beispielsweise Familien immer wieder Konflikte entstehen können, dann ist schnell nachvollziehbar, dass je kürzer diese Zeit ist, wo man sich wechselseitig nicht mehr versteht, desto günstiger ist das. Wenn man erst mal fünf Jahre eine Psychose hat und im Prinzip so tief in seinem Wahn ist, dass das die eigene Realität geworden ist, dann ist das auch schwieriger, da rauszukommen und dauert manchmal eben auch genauso eine lange Zeit wie die Zeit, dass man da hingekommen ist. Wenn jemand innerhalb von zwei, drei Wochen eine Psychose entwickelt hat, die sehr akut ist, dann ist die Hoffnung groß, dass man auch innerhalb von kurzer Zeit mit medikamentöser Unterstützung schnell wieder rauskommen kann. Ja, eine schwere, nicht behandelte Psychose kann auch dazu führen, dass man postpsychotisch eine Depression entwickelt oder dass man eben auch Schwierigkeiten hat mit der Krankheitsverarbeitung, dass man sagt, ich kann das gar nicht für mich akzeptieren, bis hin zu suizidalen, lebensmüden Gedanken. Es kann größere Belastungen geben beim Arbeitsplatz oder in der Ausbildung. Also Menschen, die unbehandelt zum Beispiel versuchen, dann ihr Studium durchzuziehen, haben eine geringere Chance, das erfolgreich abzuschließen. Und auch da wäre es total sinnvoll, in Behandlung zu gehen. Außerdem kann eine nicht behandelte Psychose dazu führen, dass man auch eine große Gefahr hat, als zweite Erkrankung eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln oder eben auch durchaus Straftaten macht, die man ohne die Psychose nicht tun würde. Es gibt so verschiedene Ansätze, wie man jetzt gucken kann, welche Menschen sind besonders gefährdet. Und da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich zeige Ihnen hier mal eine Folie von Philips et al., ist auch schon fast 20 Jahre alt, der das mal zusammengefasst hat. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, eine Psychose möglichst früh zu erkennen? Ich selber zeige Ihnen hier auch nochmal aus der Arbeitsgruppe aus Köln die kognitiven Basissymptome. Und da kann man sagen, dass wenn mindestens zwei dieser Basissymptome, die ich Ihnen nochmal kurz vorstelle, mehrfach in einem Zeitraum von drei Monaten auftreten, dann dürfte man davon ausgehen, dass letztendlich so eine Prodromalphase besteht und dürfte auch die Empfehlung einer medikamentösen Behandlung aussprechen. Es muss allerdings auch gleichzeitig das erste Symptom mindestens schon seit zwölf Monaten vorliegen oder vorgelegen haben. Es sind also die Gedankenintifferenz, das Perseverieren von Bewusstseinsinhalten, also das immer und immer wiederkehrende Denken der gleichen Inhalte. Aber es gibt auch sowas wie Gedankenjagen, dass ein Gedanke den anderen jagt, dass Gedanken blockiert sind, also das Gegenteil sozusagen, dass man nur noch an einem Gedanken haftet. Es kann sein, dass die Störung, dass die Sprache gestört ist, dass man die Sprachwahrnehmung, dass sich das verändert oder dass man selber die Beziehung zu sich verliert, dass man Derealisationserleben hat. Da klicke ich hier mal relativ schnell Beispiele durch von einem Vortrag. Ich habe selbst mal vor 20 Jahren, ganz so lange ist noch nicht hier, vor 18 Jahren, an einem Vortrag der DGPPN in Berlin teilgenommen. Referent kann ich leider nicht mehr benennen, aber der hatte so eindrucksvolle Beispiele, die ich Ihnen jetzt gerne hier auch noch mal vorstellen möchte für die Gedankenintifferenz. ist es beispielsweise so, hat mal ein Patient mitgeteilt, dass er sagt, tja, wenn ich mich gar nicht so anstrenge, wenn ich da so locker rumsitze, dann gibt es manchmal so Gedanken, die so völlig unwichtig sind und die sich dazwischen drängen. Und das ist viel mehr häufiger, als ich das von früher kenne. Also das kann zum Beispiel auch in der Kombination mit der Zeit und mit anderen Basissymptomen ein frühes Zeichen einer Psychose sein oder werden. Oder, dass man sagt, fast wie im Zwang, muss ich immer wieder die gleichen Bewusstseinsinhalte denken. Oder, dass man sagt, meine Gedanken, die springen hin und her und ein Gedanke jagt den nächsten. Ich kann das gar nicht mehr konzentriert abwickeln. Ich kann die Konzentration nicht halten. Das kann ein Beispiel sein. Dann ist es so, dass manchmal Gedanken blockiert sind. Also, dass jemand sagt, manchmal hören die Gedanken plötzlich auf, sind einfach weg, wie abgeschnitten. Jeder von Ihnen wird wahrscheinlich solche Situationen kennen, aber nicht in der Räufung und nicht im Zusammenhang mit anderen Basissymptomen und nicht in dem Ausmaß, dass einem selber das merkwürdig vorkommt. Es kann sein, dass Sie sagen, ich verstehe Sprache nicht mehr, also geschriebene Sprache nicht mehr. Manchmal stolper ich über ein alltägliches Wort und ich kann die Bedeutung überhaupt gar nicht mehr richtig realisieren. Oder die Wahrnehmung verändert sich in Alltagssituationen. Wenn man an der Kasse ist beispielsweise, dann hat man Situationen und denkt, das ist eine unwirkliche Situation. Das kommt mir manchmal komisch vor, fast schon wie eine Kulisse in einem Filmstudio. Ja, das ist zum Beispiel das Beispiel mit der Derealisation. Also, dass man sagt, ich sitze ja hier in meinem Büro, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist alles künstlich. Also, hinter der Wand ist nicht der Flur, den ich kenne, sondern es kommt mir fast vor, als wäre das alles nur noch aus Pappe. Wenn Menschen solche merkwürdigen Realisationsveränderungen bemerken, kann das ein Symptom einer beginnenden Psychose sein. Optische Wahrnehmungsstörungen, dass man unter Stress ist und auf einmal schiebt sich alles ganz weit weg, als würde man durch ein umgedrehtes Fernglas gucken. Kennen vielleicht einige von Ihnen. Die Mikropsie oder die Makropsie, das auf einmal alles ganz nah rückt. Menschen, die in stressigen Situationen so etwas erlebt haben, sollten nicht besorgt sein. Aber wenn das in Kombination mit anderen Basissymptomen häufig auftritt, dann sollte man vielleicht sich einfach bei einer Fachfrau oder Fachmann Rat holen. Es kann sein, dass Dinge, wo man weiß, dass sie gerade sind, wie Türrahmen, auf einmal sich ein bisschen biegen oder dass man auf einmal Farben verändert wahrnimmt. Und das können frühe Symptome einer Psychose sein. Weil wir zeitlich ein bisschen eng sind, würde ich hier dieses Thema nochmal ganz kurz lassen. Man kann nur kurz anwählen, man kann, indem man ein Individuum sehr genau berät, dem solche Sachen auffallen, kann man eine hohe Trefferquote erzeugen und kann Menschen, die im weiteren Verlauf eine Psychose entwickeln, mit einer relativ hoher Wahrscheinlichkeit herausfiltern. Und das wäre einfach meine Empfehlung an Sie, wenn Sie sagen, boah, da sind so Sachen, die kommen mir komisch vor oder ich kenne jemanden, der über solche Sachen zunehmend berichtet. Dann sollte man sich an eine Psychiaterin oder einen Psychiater wenden und versuchen, diese Themen konkret festzuziehen. Da gibt es eine tolle Studie und auch eine Veröffentlichung von der Arbeitsgruppe Klosterkötter et al. aus Köln, die auch jetzt schon 20 Jahre alt ist, aber wo einfach gute Ergebnisse herausgekommen sind und gute Empfehlungen sich ableiten lassen. Da sieht man nämlich, dass man eben auch Menschen mit frühen Symptomen durch die medikamentöse Therapie, hier beispielsweise mit einem Antipsychotikum Olanzapin, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in einem nicht kranken Zustand halten kann, was dazu führen kann, dass beispielsweise jemand, der erst erkrankt, dann seine Ausbildung erst abschließt oder eine Familie gründen kann und eben nicht krank wird. Haben wir noch die Zeit, auch nochmal über das MKT zu sprechen? Die Frage stelle ich in die Runde. Sonst kürze ich das Thema auch nochmal ab. MKT, das Metakognitive Training, ist eine störungsspezifische Psychotherapie aus Hamburg, entwickelt von Uniklinik Eppendorf. Und die Folien, die ich Ihnen zeige, als Beispiele für eine störungsspezifische Psychotherapie für Betroffene, sind fast alle auch von der Internetseite der Uniklinik Eppendorf, also der Psychiatrie. Das Besondere ist, dass diese störungsspezifische Psychotherapie, anders als die Psychopharmaka, die ja auf Stoffwechsel-Ebene die Erkrankung positiv beeinflussen sollen, geht es jetzt darum, dass man Menschen mit Psychose versucht auf kognitiver Ebene in Gesprächen so zu beraten, dass sie verstehen, was in Ihnen in der Psychose passiert. Und man versucht eben den Wahn in Frage zu stellen. Und ja, hier sehen Sie nochmal eine kurze Folie, wo man eben auch die Sachen, die ich Ihnen zeige, runterladen kann, wo man sich damit genauer beschäftigen kann. Das Besondere bei Menschen mit Psychose ist beispielsweise, dass Menschen mit Psychose zu einer gesteigerten Selbstdienlichkeit tendieren. Das heißt, wenn Ihnen ein Erfolg bewusst wird, dann schreiben Sie sich selber das in der Regel zu. Und wenn es zu einem Misserfolg kommt, dann sind in der Regel andere Menschen schuld. Es gibt es aber nicht nur bei Menschen mit Psychose. Also sowas habe ich auch schon mal im Gesundheitssystem erlebt. Also ich glaube, wir Ärzte sind davon auch nicht ganz frei und in der Politik mag es sowas auch geben. Also grundsätzlich die Selbstdienlichkeit gibt es natürlich auch unabhängig von der Psychose, ist aber bei Menschen mit Psychose verstärkt. Hat ja auch was damit zu tun, wem schreit man etwas zu? Wer ist verantwortlich, wenn etwas gelingt oder etwas misslingt? Bin ich es? Ist es der andere? Oder die dritte Möglichkeit, ist es der Zufall oder das Schicksal oder die Situation? Menschen mit Psychose neigen dazu, Sachen zum Beispiel einem Objekt zuzuschreiben oder einer Situation zuzuschreiben, wo andere nicht Betroffene sagen, das kann eigentlich nicht sein. Also wenn man beispielsweise durch Bangkok geht und man riecht Gewürze und intensive Gerüche, dann ist, wenn man keine Psychose hat, relativ klar, dass das beispielsweise durch die Gewürze oder durch die andere Kultur oder andere Kochweise sein kann. Ein Mensch mit Psychose schreibt sowas vielleicht aber zu und sagt, Mensch, da versucht dich jemand mit einem Gas zu beeinflussen oder dich zu verfolgen oder überall, wo ich hingehe, habe ich auf einmal diesen Geruch. Also der Mensch mit Psychose schreibt diese Wahrnehmung, diesen Geruch einer anderen Ursache zu, als das seine Umgebung tut. Und das kann eben auch zu Konflikten führen. Im schlimmsten Fall gibt es eine große Diskrepanz eben auch zwischen dem, was er selber für sich in Anspruch nimmt und dem, was sein Selbstbild ist. Und es führt eben dazu, dass es auch zu Konflikten kommen kann mit seinem Umfeld. Wir sind spät dran mit der Zeit. Und trotzdem möchte ich Ihnen ein Beispiel bringen. Vielleicht schaffe ich das, Sie mit einem Kartenspielertrick ein bisschen zu verblüffen. Ich bin ja Psychiater und ich zeige Ihnen hier einfach mal sechs Karten aus einem Pokerspiel. Und Sie dürfen sich jetzt eine Karte in Ihrem Kopf aussuchen und dürfen sich nur diese einzelne Karte merken und sich mal voll auf diese Karte konzentrieren. Wenn Sie das gemacht haben und Sie haben sich jetzt eine Karte ausgesucht, dann werde ich jetzt erstmal die Karten umdrehen. Sie sehen die jetzt im Moment nicht mehr. Aber ich als Psychiater habe ja die Fähigkeit, Ihre Gedanken zu lesen. Und deshalb ist es mir möglich, jetzt aus diesem Stapel der Karten die eine Karte, die Sie sich gemerkt haben, rauszunehmen. Und wenn ich jetzt die Karten wieder umdrehe, sehen Sie, dass Ihre Karte verschwunden ist. Das hat jetzt was damit zu tun. Das ist für Menschen, die diesen Trick nicht kennen, erstmal verblüffend. Ich löse das schnell auf. Ich kann natürlich nicht Ihre Gedanken lesen. Das ist ein Taschenspielertrick. Ich habe Ihnen am Anfang hier fünf Karten gezeigt, die komplett anders sind als die, die ich Ihnen jetzt zeige. Sie haben sich eine Karte gemerkt, sich auf die konzentriert. Und als ich Ihnen jetzt diese Karten gezeigt habe, haben Sie gemerkt, dass Ihre Karte, auf die Sie sich konzentriert haben, nicht mehr im Kartenstapel ist. Sie könnten aber jetzt jemanden einreden, dass das was mit Magie zu tun hat. Oder dass ich als Psychiater Gedanken lesen kann. Und dann haben Sie einen anderen Zuschreibungsstil, als wenn Sie sagen, ja gut, das ist ein Kartenspielertrick. Also wenn Sie eine logische Erklärung finden dafür. Solche Sachen üben wir mit Menschen im MKT, die eine Psychose haben, und versuchen mit solchen Beispielen jemandem zu erklären, dass seine Wahrnehmung oder seine Zuschreibung, wer für etwas verantwortlich ist, dass das auch krankheitsbedingt gestört sein kann. Hier beispielsweise ist ein sogenanntes Trugbild. Also Sie sehen ja in der Regel wahrscheinlich ein Pferdebild. Können Sie sich vorstellen, wenn man das Bild auf den Kopf dreht, was Sie dann sehen? Mach das mal direkt. Ah ja, die meisten Menschen werden dann, wenn man das Bild auf den Kopf dreht, einen Pferdekopf sehen. Und auch mit solchen Bildern versuchen wir Menschen, die eine Psychose haben, beizubringen, dass ihre Sichtweise auf ein Bild nicht immer die ist, die für alle anderen auch gelten müssen. Und dass man vielleicht aus einer anderen Perspektive manchmal einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Erklärung für eine Situation findet als der Betroffene selbst. Die anderen Folien kürze ich jetzt mal etwas ab. Ein weiteres Beispiel ist dieses Bild. Die meisten werden von Ihnen aus größerer Entfernung erstmal einen Totenschädel sehen. Wenn Sie dann genauer hingehen, werden Sie aber vielleicht eine Bäckerin erkennen. Auch das sind so Beispiele, wo wir Menschen mit Psychose noch mal motivieren wollen, nicht immer den ersten Blick und die erste Deutung eines Bildes oder einer Situation dauerhaft hinzunehmen, sondern auch noch mal in Frage zu stellen. Und im MKT, in dieser Therapie, die wir in Gruppe oder in Einzel durchführen, üben wir genau solche Sachen halt eben ein. Ich darf sagen, das ist also für Menschen, die keine Psychose haben, auch ganz spannend, mal drüber nachzudenken. Und mich würde das freuen, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, dass wir dann jetzt nach dem Vortrag in der Telefon-Hotline in Kontakt kommen. Einige von Ihnen werden vielleicht mich erreichen. Andere werden meine Kolleginnen und Kollegen erreichen, die auch in dem Thema beruflich unterwegs sind. Und ich möchte die letzte Minute jetzt noch mal nutzen, mich zu bedanken bei Ihnen für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn wir hier im Kreis Steinfurt offen mit dem Thema psychische Erkrankungen weiter umgehen, auch nach der Covid-Krise. Es wäre natürlich auch meine Hoffnung an alle, dass Sie gut, bestmöglichst durch diese schwierige Zeit kommen und dass wir uns eben auch hier im Kreis Steinfurt mit den bekannten Regeln zum Covid und gemeinsamen Umgang im Moment unterstützen. Deshalb ja auch dieses Format hier, wo wir auf viel Abstand aber hoffentlich trotzdem nahe zu einem Thema zusammenkommen. Und jetzt am Telefon haben wir ja auch die Möglichkeit noch mal persönlich miteinander zu besprechen. Ein Dank auch an die Kolleginnen hier aus dem Gesundheitsamtkreis Steinfurt, die diese Filmaufnahmen möglich gemacht haben und mich hier in meinem beruflichen Alltag besucht haben. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.